Nach zwei Jahren Arbeit in Deutschland wird Rudi Carell morgen in seine Heimat Holland zurückkehren. Zu seiner Abendparty sind Sie heute Abend recht herzlich eingeladen. Wir wünschen viel Vergnügen. Hier zum Beispiel ist ein zwölfteiliges Kaffee-Service. Nein, nein, ein sechsteiliges. Ein zwölfteiliges. Sechsteiliges. Ein zwölfteiliges. Ich hab's fallen lassen. Nein, nein, ist nicht besetzt. Sie müssen ein Gloschen reinschmeißen. Ist heut Dienstag, dann ist es best. Heute ist mir fast alles egal. Und ich gebe ein Bier aus in jedem Lokal. Glauben Sie mir, ich hab kein Kapital. Trotzdem bin ich so reich und erfreut. An einem herrlichen Tag. An einem herrlichen Tag. So wie ooit.